Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem kleinen Making-of hier auf CO2. Total behindert wie immer. Wir haben einen Stargast da. Endlich mal. Also um das mal ganz kurz festzustellen hier, dass der gute Doktor Animus, der Crizzle. Und hier haben wir noch den guten Corona. Das ist unser letztes Versprechen, das wir jetzt einlösen. Und genau, wir sind schon mitten in den Dreharbeiten. Was haben Sie dazu zu sagen? Sie studieren gerade das Drehbuch, denn er muss ja die Kamera gleich halten. Dann muss er ja wissen, was die Leute wann sagen, damit das alles einigermaßen zusammenpasst. Das ist das gefährlichste Messer von den Visionstypen. So, wie ihr sehen könnt, machen wir hier gerade Mittagspause. Scheiße, Alter. Genau, mal von vorne. Alter, wie dunkel ist denn der Scheiß? Ja, bin ich mir auch bei dir. So. Wart ihr gerade beim Italiener, habt ihr was gefunden? Ja, richtig was gegessen, ja. War lecker. Was? Nice. War aber voll lecker. War gerade drei Minuten weg gewesen. So. Da sind auf jeden Fall schon geile Aufnahmen rausgekommen bis jetzt. Wir machen jetzt gleich weiter. Wir haben hier unser Set gerade aufgebaut. Was geht ab, Elite? Zweiter Tag. Zweiter Tag. Und dann auf jeden Fall schon wieder aufета. Dann bis heute sogar auf jeden Fall. Ja, 뭘 sagen. Kannst du euch mal schauen? Wenn ihr denn da seid, wenn ihr da seid. Wenn ihr da seid, dann dann da seid, dann gucken wir uns doch nicht hin. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020